Ich möchte für meine Fachschaft ein Teams bauen und dafür gehe ich jetzt in Microsoft Teams, unter den Reiter Teams, da oben rechts Team erstellen oder beitreten. Und ich erstelle ein neues Team, weil es Lehrer sind, ein Mitarbeiter-Team, kein Kursteam, aber der Unterschied ist nicht groß. Wer aus Versehen ein Kursteam erstellt, lässt es. Das ändert nicht viel und ich beginne mit dem Schulkürzel. Schulkürzel, Physik, Test, Fachschaft, ist ja nur ein Test. Genau, Schulkürzel, Fach, weiter geht's, Fachschaft und weiter und schon ist das Team da, wird erstellt. Zuerst möchte ich wissen, ob ich schon Leute hinzufügen möchte, das überspringe ich jetzt, das mache ich später und mein Fachschaftsteam ist da, aber leer. Ich habe ja schon ein Fachschaftsteam auf MEBIS, das will ich hinzufügen. Die will ich verknüpfen, da gehe ich jetzt ins Internet, hier Zauberei ist das AWG-Physik-Fachschafts MEBIS. Diese URL kopiere ich, Paste, Copy, Steuerung Copy und gehe wieder zurück in mein neues Microsoft-Team und klicke auf Plus. Und das MEBIS ist eine Webseite, also hinzufügen durch eine Webseite und bei Link, Steuerung V, jetzt diesen MEBIS-Link und schreibe hin, das ist keine irgendeine Webseite, sondern MEBIS-Physik. Und speichern. Und damit habe ich schon mal ein altes und neues System verknüpft. Gut, MEBIS, Mitarbeiter, Beiträge, Dateien. Der Vorteil an Teams ist, dass jetzt die Mitglieder chatten können. Bei den Dateien gibt es auch noch etliche Vorteile. Man könnte jetzt bei Dateien, also man könnte jetzt Dateien vom alten MEBIS rüberschaufeln. Also ich bin jetzt hier bei Schulaufgaben und Prüfungen und da lässt sich ja das ganze Verzeichnis runterladen. So, ist jetzt gerade ein bisschen zäh, doch es geht. Verzeichnis herunterladen, gibt eine SIP-Datei, das funktioniert. Und hier bei Teams Datei beim Hochladen kann ich ganze Ordner hochladen. Also jetzt ist gerade Herbst 2020, wir warten mal ab, ob uns Team längerfristig bleibt. Muss man nicht gleich sofort machen, aber wenn es an einem Samstag mal regnet, wäre es in ein paar Stunden geschehen. Also MEBIS ist drin. Das nächste, fast wichtiger, ist, ich lege jetzt hier unter Allgemein Kanäle an für die verschiedenen Klassenteams. Also ich füge einen Kanal hinzu. 08, Klasse, ja, also das ist das Klassenteam. Alle Kollegen, die eine 8. Klasse unterrichten, sollen sich hier austauschen. Ist sehr wichtig, gerade wenn wir einen Lockdown kriegen, dass die Materialien tauschen. Bei großen Fachschaften empfehle ich, ein privates Team zu machen. So, weiter. Jetzt wird wieder gefragt, wen ich hinzufügen möchte. Ich habe noch keinen, also überspringe ich das. So, hier habe ich jetzt ein Schloss. Das heißt, ich werde später hier Mitglieder hinzufügen. Ich werde die drei Mitglieder hinzufügen, die 8. Klasse haben. Und nur diese Mitglieder sehen das dann. Und hat auch den Vorteil, dass nur diese Mitglieder mit irgendwelchen, die können sich hier per Chat austauschen. Nur die werden durch die Chats genervt. Die können hier Dateien austauschen, Schulaufgaben, die können Ordner machen und so weiter. Vielleicht wollen kleine Fachschaften, machen wir Kanal hinzufügen, 0, 9. Klasse. Keinen privaten, sondern so einen Standardkanal machen, hinzufügen. Dann kann jeder aus der Fachschaft da reinschauen. Das Wichtigste ist, das nicht genervt wirken durch Chats, das kann aber jeder hier. Hier, Kanalbenachrichtigungen, da machen wir mal Benutzer definiert. Da kann jeder Einzelne sagen, will ich jetzt benachrichtigt werden, ja oder nein. Also, wenn das meine Klasse ist, wenn ich in der 9. Klasse unterrichte und ein Kollege schreibt was, will ich benachrichtigt werden. Und deswegen sage ich, alle Beiträge, alles was da ist, speichern, benachrichtigen. Aber eine 8. Klasse habe ich nicht, deswegen Kanalberechtigung, das ist jetzt sehr wichtig, dass dieses Chatten kann helfen und kann nerven, ja. Und hier sage ich alles aus, Benutzer definiert, es muss aus sein, gar nichts. Aus, aus, ich habe keine 8. Nervt es mich nicht. So, und so kann es jeder justieren, das ist wichtig. So, wir haben, wenn wir jetzt hier zurückgehen, genau, nicht alle Teams, da wollte ich nicht hin, da bin ich. So, ihr merkt, für mich ist auch neu, aber ich habe keine Angst davor. So, wir haben das Mebis, wir haben das Teams, genau, die Leute sind noch nicht dabei. Da klicke ich jetzt auf Team verwalten. Also, die drei Punkte sind immer interessant, da ploppt was auf, da hier rechts oben gibt es auch drei Punkte, es gibt jede Menge drei Punkte, Team verwalten. Ich würde die Mitglieder über Einstellungen und Teamcode hinzufügen. Das ist am wenigsten Arbeit. Also, Teamcode, Teamcode erstellen und den kopiere ich und verschicke den über Infoportal an meine Leute. Es gibt ja auch irgendwo einen Link und das hat zweimal nicht geklappt. Davon lasse ich jetzt die Finger. Und, 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 das war es dann, ja. Und sobald die dabei sind, die Leute, kann ich hier Mitglieder hinzufügen, in diese Kanäle hinzufügen. Und wenn ich den, wenn alle drin sind, kann ich diesen Teamcode auch wieder entfernen und dann kann, wenn der Teamcode irgendjemand in die Finger kriegt, der ist dann nicht mehr gültig. Und kann jederzeit wieder im nächsten Schuljahr, kommen sieben neue Kollegen, wieder Teamcode erstellen, habe ich einen neuen Teamcode, die sieben neuen Mitglieder kriegen den, sind wieder dabei. Und dann brauche ich bloß noch abbrechen. Ja, hier geht es. Ja, also, hier ist ein Stift und hier ist ein Stift und man muss einfach probieren und klicken. Und hier kann ich jetzt ein schönes Bild hochladen und dann wird es noch ein hübscher Kanal und damit bin ich fertig und habe ein schönes Fachschaftsmibus.